Guck mal wie die alle platzisch sind. Ich muss gucken wie die DNS von mir ist. Ich muss sie eigentlich ändern, aber... Ich will die alles töten. Die hätten was. Nöööö, ne Abitaltunne. Direkt über mir. Aber die Abitaltunne war zu langsam. Alter, wie schnell ist der Kachett, man? Komm bitte, den hab ich doch. Oh, ich hab ihn. Ich find das so nice, Alter. Ja, das gefällt mir. Ein Kill. Oh, ich hab ihn sogar. Mit Rakete. Was hast du dazu? Zeichen. Äh. Replay. Ah, die hässlichen Jets von Mimmel zu holen. Das wär'n Headshot. Ey, ich spawne bei mir, du scheiß Jett. Oh Gott, ist das so... Nee, ne? Ist ja auch alles zerstört. Vampirgy, ähm, Deluxe, aber... Und ich will immer als erste Stelle die schwere, schwere Revolver... Revolver. Nebel. Ist ja auch. Es ist ein Schuster im Gegensatz Absatz Poes. Es tut mir. Ich bin nicht. Alter, wir können sich einen Kopfschuss aushalten Kommt mal mit, Officer Ich hab was Gutes für euch Nämlich das hier Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, Explosiv, Sniper Ah, das darf ich niemals mehr machen Wenn er snipet, darf ich keine andere Waffe wechseln Keine Pistole anzeigen lassen, nur den Revolver Ja, gut so Ihr kennt doch nur Räume, oder? Ah, der ist ja schon tot. Komischerweise, wie er das auch immer war. Ah, da ist der Grüne, den ich töten wollte. Oh, wie süß, jetzt haut er ab, Mann. Ah, da ist der Grüne. Der Grüne wäre ein bisschen anders wäre, dann hätte ich ihn getötet, aber ich muss aufpassen auf diesen Scheiß. Oh Gott, Laser. Aber sie sollten nicht damit sich einmischen, ey. Ich glaub's nicht, sie mischen sich überall. Mann, Mann. Geh mir dann nicht auf die Nervenbulle. Bleib unten. Ich hab doch Munition gehabt. Oh, stimmt. Die geht so schnell leer. Das glaubt man nicht. Oh Gott. Jetzt gib mir bitte ne Waffe. Ja, genau so. Unschalte. Geisterordination. So. Stimmt ja. Ja, ich kann auch keine Sorge machen. Lachs. Wieso bist du das letzte Mal abgehauen? Ich hör dich, ganz klar. Hallo. Ich denke, wir können das anordnen. Geister. Ich hab noch nie solche Pussys gesehen In das Spielfeder, die man hat Alter, wie ich Findest du das nicht peinlich, wenn die alle Partys sind? Ich find schon Ich hab noch nie solche Pussys gesehen dann leg ihn um, bring ihn einfach zur Strecke hm jetzt aber hä, was ist denn ey, bitte, da war doch nichts mal an der Wand ich wurde von der Wand erwischt so, ich geh aus der Party und komm wahrscheinlich später Zeichen ich weiß, du wirst mich jetzt hören ja, ich hab keine Ahnung, was da warum auch immer, wie auch immer ja, ja, komm, spring rein Savage macht eh, was er will also flieg ich einfach los, geht gar nicht für den scheiß Ruine zerstören ist nur ein Problem von uns scheiß Laser-Shit na stimmt, das ist ja ne scheiß Mission, der hält ja etwas mehr aus wir haben auch ne Schwachstille du musstest Benzin du musstest Benzin treffen Tisch kannst du ihn auf die Taktion untergeben alle diese Jets müsst ihr vom Himmel holen die sind die schnäffigsten Blugs auf der Erde so, jetzt hat er endlich was er bekommen, die scheiß Jets so, jetzt kann er ihn nicht mehr fliegen jetzt ist Schluss gib ihm ein Explosivgeschoss scheiß Penner, Alter mit einer Sniper rausgeholt das war ein Ge- hast du gesehen? ey, Zeichen, ähm Zeichen Zeichen, du bist noch da? ich geh mal zu dem einen gerade in Party hat mich gerade eingeladen ja, bis gleich Expert ja die Jets sind nein, der Jet ist echt ein Blatt, Mann ich hasse das wenn die rumbrunnen was er die die sind die Ja, der eine hat Ich weiß nicht Ich hab ihn Schuss abgegeben Aber er ist nicht gestorben Ey, langsame Ja, ich hab schon Was rauchs da geschrieben Und die sind drauf eingegangen Das ist gut Was? Wenn wir so oder so Keine Chance Ich scheiß Spiele Warum sollten sie Gehende Revolver kämpfen? Ganz ehrlich Ich will den kack Deluxer Haben Back here Ey, das ist so ein nerviger Scheiß Deluxer Ich komm schweden An der Party Zeichen Hol dir den Ruiner 2000 Aber du musst aufpassen Er hat unendliche Raketen In der Mission Angeblich Was nicht totaler stimmt Ist mir auch egal Hier, die ganzen Ich mach Selbstmord Lieber Die ganzen Spawn-Rekoräte So wie Die Lampe Was auch immer Er ist in den Spiel Umgebracht Wie bitte? Diese Ruine Alter Wie ist Hans In der Scheiß Mission Überhaupt Erstellt man Am Arsch Alter Was sind das Für Raketen? Naja Punt Die Abitakt Ist doch schon Abgeschossen worden Sag mal Ich spawn jetzt nicht Da Am Arsch der Welt Ich mach mal Hol meine Moc Wie ist das Stärkste Mittel Das ist ja Wie ein Godmode Auto In der Mission Sag ich so Ja Das ist ein Godmode Auto Ein Wunder Das sie die Mission Nicht rausgenommen haben Wenn der Zug Überpowert ist Ich warte auf mein Fahrzeug Ich warte auf mein Fahrzeug Ist auch egal Hast du ein Ruiner schon geholt? Okay Okay Ich weiß nicht warum das so leise ist Alter Der kann auch nicht mal Savage fliegen Hier der Gelbe Ich denke ich bin Freakin' Out Der kann auch nicht Ach so Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin AG Ja, ein scheiß toll Uxer war da. Wenn er meint, er muss sich selbst Mod machen, kann er machen. Ist mir auch scheißegal. Ich würde ihn Ruiner zerstören. Ich bin Ruiner. Ich weiß nicht, warum der das aushält. Ein scheiß Kopfschuss. Das ist so bescheuert, Mann. Ey, was ist denn der jetzt auf einmal? Was ist denn der Ruiner jetzt auf einmal? Ja, hol ihn dir mal. Was ist denn der Ruiner? Was hat er für eine Weichreiter? Scheiß, irgendwie so ein Verlierung. Zerstör ihn mal. Der kann nicht zerstört werden. Ich laufe auch nicht mehr. Der ist ruhig nütz. Jetzt wiegt er im Wasser. Guck, der ist im Wasser gelandet. Ey, passt auf, ihr. Ja, Ruiner ist ins Wasser geflogen. Ich hab seinen Fallschirm abgeschossen. Du hast es auch gesehen. Ja, du hast es selbst gesehen, wie er vom Himmel geholt wurde. Zumindestens. Er kann nicht weiterfahren. Der ist im Wasser gelandet, aber fährt trotzdem weiter. Alter, der ist... Na, weiß ja, wie heutzutage Rockstar-Games ist. Die patchen und patchen. Naja. Kann nicht mal passiv gehen, geil. Endlich hat er leichterst einen Ausweg gemacht. Ich muss nur noch seine Ruiner zerstören. Geht doch. Komm, jetzt nimmt wie mit Ruiner-Mission mit. Ey, diese ganzen Anzeigen sind so schlimm. Komm ran, CEO. Ey, das ist alles. Komm, jetzt nehmen die Verwanderung. Ah, das Luke. Was war das denn? Das war kein... Sag mal, wie... Wie schnell könntest du vom Radar verschwinden? Ja, wenn er hinten ist oder so. Es kann nicht sein, dass der Dulux so viel aushält, aber naja. Ja, ich warte noch bis drei Minuten, dann machen wir den Rhyna. Äh, bitte, wo kam er jetzt? Oh, guck mal, ich hab den Kill bekommen. Also, bei mir stand es da. Oh, guck mal. Scheiße, ich bin in ein Objektal reingelaufen Wer hat das abgeschossen? Achso, Team Grün Guck mal, wo er sich befindet und hol ihn dir Ja, man wird zum Glück in der Stadt gespawnt Hätt ich echt den schweren Revolver, hätt ich ihn ab Okay, hätt ich gut Was ist denn mit dem Revolver los? Gebt mich dann nicht auf die Nerven Ich hab doch gesagt, was hier Oh, die hören auch nicht, ne? Nein, ich mein die Bullen hier Naja, ich würd auch was dafür machen, dass sie mich nicht töten können Kann nicht sein, dass sie den nerven, Alter Ah, diese Bullen, ich hab nicht mal auf diesen Bullen Es ist Wahnsinn Zeichen, Wahnsinn Oh, das ist ja Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Frier, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, der eine ist unter der Map gerade Ich geh mich nicht auf die Nervenrolle Ahaha Rinderbahn in der FNB Nein, er ist von Radar verschwunden Das sind ja Pussys Echt jetzt Gibt es doch irgendwann ein paar Stunden für ohne Cops? Zeichen? Ja, ne? Es gab ja mal ein Glück, weiß nicht ob er noch funktioniert Gibt es? 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 Maus? Hey Maus! Hey Maus! Hey provision for吧 Hey Maus! Hey Maus! Hey Maus! win Ich verstehe nicht viel, weil es so leise ist. Der hat doch nicht immer Kraft. Wow! Ich lauf gerade die ganze Zeit mit dem Revolver. Oh mein Herr macht die ganze Zeit mit dem Revolver. Ich habe ihn mit dem Revolver. Ich habe ihn mit dem Revolver. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Morse Mutual, wir sind hier für helfen. Ich denke, wir können das machen. Ich denke, wir können das machen. Ich denke, wir können das machen. Ich bin niedlich, die Autos müssen manchmal sind. Ich denke, wir können das machen. 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 Ach so, ich dachte, das wäre ein anderer Typ. Ich denke, wir können das machen. 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 Wir können das machen. Bis zum nächsten Mal.